hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei out of reach mitten in der nacht und mit mir dabei ist der fackelhalter bledig der wöder mit der sidomaske und der oberkörper freie faustus ja wir haben jetzt hier ein paar blumentöpfe hingesetzt und paar pflanzen angesetzt eingesetzt vor allem die ganzen flex fiber damit wir da mal ein bisschen mehr leinen bekommen kisten haben wir der unteren etage gesetzt so langsam nimmt das ganze gestalt an und in dieser folge versuche ich zumindest meine antilope zu jagen weil das dann glaube ich sicherer ist als gegen tiger zu kämpfen ist gesünder ja denke ich auch ich werde mir holz besorgen um erst mal feile grafen zu können also ich habe mir jetzt gedacht ich war übrigens mal eine bambus umzäunung das gute idee und ich baue hier unten ein bootstück hin und dann werde ich da unser erstes boot hinsetzen was haltet ihr davon wenn wir denn vielleicht in der nächsten folge ja mal auf beute zu gehen und versuche irgendwo was zu klauen also ich habe so ein bisschen was zerstört aber ist ja geklaut zum klauen habe ich noch nichts erfahrungsgemäß kommen beim häuser zerstören und base raiden die schönsten sachen warum ja haben wir schon bei der ersten oder war das bei der ersten aber ja direkt die erste man sieht ja der blöder ist ja schon komplett ausgerüstet genau aus diesem grund weil wir was gefunden haben nein hatte gebaut ich glaube nicht er komplett ausgerüstet bin ich auch noch nicht aber viel ob das ist ein stück sie toll aus in die art voll in sich steht steht auch sehen war toll jetzt genau zu du hast sogar die dicken foundations genommen wenn nicht nur diese dinger die sie meisten leute bei steg nehmen und die dicken oder oder schlecht aus keine ahnung ist doch egal ich habe auf jeden fall kein holz ich brauche jetzt ja wir sind hier bei out of reach da hat man halt immer kein holz so ich mache meine fackel wieder aus sonst ist sie gleich aus das habe ich mir auch gerade gedacht na guck mal passt doch guck mal wird der zell hier haben wir gar nicht mitten in der nacht angefangen haben wir den ganzen tag oh da hinten sind tiger daran lang gehe ich nicht fangen wir mal direkt beim brust also mit der antilope klappt das schon wesentlich besser ja wenn der tier halt liegt dann kannst du hingehen und die pfeile aufsammeln war klappen nicht alle pfeile einige gehen kaputt oder die meisten gehen dabei kaputt aber aber da würde ich auch sagen vielleicht gilt man das auch weiß ich nicht das ist halt dann irgendwann möglich ist jeden fall darauf rauszuholen du skilzt ja auf jeden fall jäger also denke ich mal dass das vielleicht mit da drin ist was genau macht man eigentlich mit tierfeld fackeln ok kennst du doch mit fett ja so wie bei seven days das ist hier nicht abkochen muss oder so ach so das geht einfach so ja gut das spiel ist ja auch noch nicht so alt ne meinst du kommt noch oder wie denke ich mal würde sinn machen hat man auch noch mal mehr zwang das feuer zu nutzen was er bisher eher selten genutzt wird außerhalb von fleisch kochen ja so ein bisschen falsch aber wenn du den ofen hast da wo dieser blase bei keiner seite ist dann brauchst du das lange vorher auch nicht mehr weil da kannst du mich auch fleisch dran machen genau gut zu wissen vorsicht da in die eine richtung sind jede menge tier ne wissen dass da bei mir meinst du nicht glaube ja wissen ich sehe doch gar keinen hier da hinten läuft einer ist ja fast da hinten sind jede menge ja ich habe ja jede menge sichtweite eingestellt deshalb sehe ich die relativ früh ja ich sehe die aber auch stell dir das vor nein mein ja noch hätte ja sein können dass die sichtweite ein bisschen weniger ist bei dem spiel geht es einigermaßen ja in den einstellungen lässt sich ja noch hoch drin ich hoffe dass ich jetzt genug holz habe nein nein definitiv nicht egal was du machen willst nein niemals also mit den antilopen klappt es dann doch richtig gut also beim tiger muss ja echt aufpassen aber mit der antilope da klappt es besser mit dem bogen muss ich dann sagen das war dann gerade mal ein kleiner stein der draufgegangen ist habe ich wieder eine axt ist es am effektivsten mit der axt auf die tiere drauf zu hauen um die sachen zu holen ja ja würde ich das kann ich dir jetzt noch nicht mal sagen also gibt es daher nicht messer oder sowas was dann effektiver wäre wenn dann müsste es vielleicht irgendwann später spielen können aber jetzt zu anfang okay also ich hatte ja schon ein schwert geklaut ich weiß nicht ob man das so benutzen kann oder ob das noch ein griff braucht habe ich oben in die linke kiste gepackt tatsächlich gesehen genug material fürs boot ach man 1200 holz brauche ich fürs boot was haben wir noch 120 und ein seil ich brauche ein seil sonst also bevor ich das baue muss ich mir erst mal ein seil organisieren ich habe noch seile glaube ich glaubst du warte immer erst sagen dass du was hast wenn du da auch sicher bist sechs habe ich noch ich denke mal später am nächsten tag ist oben auf dem dach unser zeug auch fertig nein bis jetzt fertig es ist schon fertig ja genau ich bin gerade da cool soll ich schon mal anfangen zu pflücken ja mach doch ja klar und direkt wieder neu setzen wenn was bei rumkommt ja vorausgesetzt ich kriegst haben wenn man gerade auf jeden fall noch jede menge stein heißt man könnte vielleicht die unteren wände schon mal verstärken wenn ich eine ganz gute sache genau das ist super das wäre echt nicht verkehrt also das mit dem jagen gut man muss sich da echt dran gewöhnen mit so einem winkel zu schießen dann geht es aber echt war jetzt eine antilope da muss ja nicht weg rennen dann kannst du einfach drauf halten das funktioniert schon viel besser ich glaube das war auch nicht so schlau direkt ein tiger als proband zu nehmen wahrscheinlich eher nicht also wir haben direkt auch mit dem tiger angefangen ich wollte war zu zweit ja der würde anscheinend auf dem dach ich wollte den tiger anlocken bin dann zum haus gerannt aber dann ist der tiger schon wieder in eine andere richtung gedüst bevor der würde dann da irgendwie aufballern konnte ja leider war ich aber das war gut weil die nashörner und die nilpferde sind auch echt schlimm dafür ich den tiger schon fast weniger schlimm als zum nasa und zum beispiel sympathisch ich habe 200 holz und sei hast jetzt ein seil fertig ja ja wo bist du denn oben beim flex fiver sammeln also auch im haus aber ich habe jetzt eine reihe kästen flex also ein zwei drei vier fünf kästen mehr gemacht dabei sind zwei samen raus gekommen die habe ich auch gleich wieder gesetzt also ich muss sagen hier an der stelle wo ich jetzt gerade bin ist auf jeden fall jede menge stein am wasser ich habe dir mal alle meine seile dahin geschmissen sind sechs stück und aus dem weg jetzt relativ nah an der anderen insel jetzt ein steg den zerfetzt sich mal eben ja wenn sie das direkt kaputt machen was nicht von der schule dem menschen ach das hat eigentlich immer noch gut spaß gemacht alles ja wenn der gwe kaputt machen so boot hallo erst mal das fenster weg da unser boot steht und ich hat sich das würde ich sagen nicht verändert ne eigentlich nicht so jetzt gucke ich noch dass da irgendwie das seil dran kommt weiß gar nicht wie ich das machen muss wählen sie ein boot aus ja boot ich habe hier noch meis gefunden du hast das boot befestigt alles klar gut aber das kann uns jetzt genauso einfach wieder geklaut werden wie ganz ehrlich das weiß ich nicht wie wir unsere also wir hatten schon so viele boote die konntest du nicht klauen weil dann stand da halt die information kann nur vom benutzer oder vom erbauer oder ich weiß nicht genau verwendet werden aber wiederum hatten wir auch viele boote die konnten wir klauen obwohl die auch angeseilt waren aber ich glaube das hängt dann damit zusammen mit dem mit der gilde oder mit dem clan da wir jetzt im clan sind sollte das eigentlich uns keiner wegnehmen dürfen oder können aber okay schwören würde ich das jetzt echt nicht viele andere spieler habe ich gesehen haben denn auch am ende des steaks oder am anfang des steaks ist ein ganz kleines häuschen also einfach vier wände und in die mitte einfach halt so ein schreibtisch reingestellt weißt du damit auch den steg einfach gar nicht abfackeln kannst weil wenn das wenn das boot angebunden ist und du den steg abfackelst fängt das boot ja auch mit anzubrennen dann wäre es also auch weg ich habe flexweiber gefunden wäre es ja eine gute idee dass wir das dann auch so adaptieren ja ich glaube ich weiß gar nicht ob das überhaupt ja da müssen wir so ein tischchen draufsetzen ja ja das wäre eigentlich kein problem drei pflanzen gefunden vier wände drum vielleicht noch kein bisher noch keine sagen ich kann ja sowieso ein komplettes häuschen hier aufmachen mit tür und sobald da ja so ein hammer da klebt wissen wir ja dass das auf jeden fall sicher ist das sieht gut aus von hier oben einmal flex zusammengekriegt und 19 fiber das ist gut ich habe alles flex oben abgepflückt daraus mache ich jetzt gleich wieder neue seile wird auch gleich seile machen auch ich sollte mir mal was essen und habe auch alle samen sofort wieder angepflanzt natürlich natürlich schade dass man nicht so viele samen wieder rauskriegt ja wie gesagt einsamen habe ich auf jeden fall auch ich gehe mal jetzt auf die kleine nebeninsel hier gehe ganz so klein ist sie nicht aber hier sind auf jeden fall noch steine wahrscheinlich zu holen mal gucken wie das mit dem upgraden geht das würde mich jetzt ja mal interessieren das ist hier doch ziemlich felsig u drücken und dann gehen die upgrade kosten dran 25 steine waren es vorhin bei dem steg oh das ist eine gute idee das ich muss mal mit dem boot gucken wie man das jetzt upgradet gut drücken und aufhalten er natürlich jetzt mal machen weil das ist aber heftig du musst erst u1 also hört seine wand verstärken das kostet noch mal zehn holz und 20 bronze und danach geht erst stein das ist aber teuer oder doch nicht warte mal kurz ich habe gelogen ich habe gelogen also wirklich würde was machst du sowas du kannst du kannst auch direkt stein bauen also für 100 kupfer ist das glaube ich kann ich das boot upgraden ich mal machen wenn du das hast müsste ich glaube ich diese bronze waren meinst du bestimmt nicht genügt man aber ich sollte mich erst erholen ich werde beinahe los geschwommen wir fehlen sechs waren war toll aber der respawn der tiere ist wirklich aber immer noch so ein bisschen hoch also du tötest die quasi und instanzen dann wieder die tiere da ja ist das so krass ja dann haben sie das erhöht finde ich also zumindest im gegensatz zu damals wo ich getestet habe also ich könnte hier ununterbrochen antilopen jagen die sind andauernd wieder da ist gut wir brauchen knochen ja futter futter also man kann auch nur die wände upgraden entstehen zum beispiel die fenster gehen nicht heißt wir sollten unten vielleicht alle fenster durch wände ersetzen das kannst du jetzt nicht mehr du kannst du jetzt nicht raus kloppen dann müsstest du oben das haus abbauen meine ich doch die kannst du rausklamm ja aber wir machen uns gedanken darüber glaube ich erst in der nächsten folge denn wir sind leider schon wieder am ende einer folge von art of which so schnell kann es gehen ich war die ganze folge nur auf der jagd die anderen haben rum gebastelt das ergebnis seht ihr dann bei mir in der nächsten folge aber ihr könnt auch ganz einfach bei ihnen gucken der kanal der anderen ist natürlich in der beschreibung verlinkt und wenn es euch gefallen hat lasst uns doch gerne daumen nach oben da seid auch beim nächsten mal wieder dabei und wir sagen bis dahin tschüss